Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outriders Endgame. Benni hat durchschnittlich 46, ich habe durchschnittlich 45. Ist schon besser wie vor vier Folgen bei mir. Jetzt steht auch bei dir oben endlich 46. Stimmt. Stimmt. Nee, bei mir steht 45. Nee, nee, bei mir aber. Vorhin stand bei dir oben 46, also neben meinem Namen. Und bei mir stand aber ich jetzt schon 46. Also. 45 stand bei dir so. Ach so. Ja, Benni hat dem Wunsch geäußert, dass wir jetzt mal wieder was Leichtes machen. Ja, ich bin eine Zarte. Das ist wie bei, wo habe ich denn das gemacht? Beim Nio. Da habe ich dann irgendwie voll den harten Endgegner gemacht. Und danach habe ich so eine Zwielichtmission auf Level 25 gemacht. Und ich bin Level 100. Ja, wir haben ja jetzt elf erfolgreich geschafft. Also können wir ja jetzt auf neun Gold holen. Sollen wir, warte mal, Palast der Dürre. Da haben wir mal auf zehn sogar Silber gekriegt. Wir haben aber auch Sternengrab. Da haben wir auch auf zehn Silber gekriegt. Meinst du, wir schaffen auf zehn Gold? Nee, nee, nee. Da müssen wir deine Waffe noch verbessern. Hier haben wir auf neun Silber gekriegt. Chemiefabrik. Hier haben wir acht. Ach, die Front ist das mit Moloch. Oh ja, das stimmt. Das war scheiße. Sollen wir mal Sternengrab? Das habe ich letzt alleine versucht auf elf. Oh, das war voll elend. Ja, der hält voll viele aus, der Stinker. Ich bin gar nicht hingekommen, glaube ich. Ach so. Sollen wir Palast, ich hätte jetzt gesagt, Sternengrab oder Palast der Dürre. Weil Chemiefabrik hatten wir jetzt schon. Und die Front ist eben halt Moloch. Ja, auch Talast der Dürre. Das gibt bestimmt extra, oder? Wenn es schon kostet. Stimmt, das muss ich wieder zahlen. Deswegen bist du bei mir im Spiel, weil ich wieder zahlen soll. Ja, aber nicht auf zwölf. Auf zwölf ein bisschen hart, gell? Elf? Oder zehn? Oder neun? Sollen wir jetzt mal neun probieren? Zeig mal kurz zehn. Aber deine Waffe ist noch nicht besser, gell? Du hast ja noch dieselbe Waffe wie schon. Ja, ich habe immer noch die 46er Waffe halt. Ja. Ja, versuch mal auf neun mal Gold zu holen. Weil da haben wir ja eine 10% Chance. Da muss ich ja auch was Legendäres kriegen. Das muss ich dann zwar teuer hochstufen, aber was soll's. Okay, also machen wir mal. Das müsste doch eigentlich effektiver sein, wenn wir mehr Gold haben. So von der Denkweise. Erstens geht's schneller, wenn wir Gold holen. Zweitens kriegt man doch dann was Anständiges. Ach, das ist das hier. Ich habe nur eine gute goldene Waffe. Ich habe sie halt alle nicht hochstufen. Ich habe nur einen Pott. Ja, ich auch, aber die sind auch kacke. Die haben scheiß Dinger drauf. Und die hat halt was Gutes. Und die eine, die hat ja auch sowas Grausames mit diesem Claymore-Ding da. Das ist im Bild heftig. Ich glaube, das ist die da, oder? Ja. Aber so... Sieht auch voll hart aus mit dem Riesenmagazin. Aber so stark, also so stark kommt mir gar nicht vor. Da ging jemand durch Standard vor. Aber das ist immer bei dir mit der Top-Damage-Skill. Bei mir ist es auch hier Ketten des Dings, des Schreckens. Wie er duckt. Räume, das wie er duckt. Frei. Wie wollte ich oben die Treppe rumgehen? Hätte man oben lang gehen können? Nee. Ach, doch. Boah, die sterben so schön. Obwohl, jetzt muss ich ja eigentlich die andere Waffe nehmen, weil die ist ja hochgestuft. Die haben gar keine Chance, wenn so ein Blitz runterkommt und die direkt tut. Achso, wir haben ja noch Phaser. Ja. Ich muss ja die Phaser immer noch hochstufen. Hier kann ich die Aktion hochstufen, aber... Ich dachte, wir wollten auf Gold. Ja. Das wird doch besonders schnell sein, oder? Ich sterb doch nicht. Der hat sich einfach hier so hingelegt. Das ist das komische Verzehren des Feuers, aber das brauche ich doch auf 9, ne? Und Eruption macht schon gut Schaden, also das ist nicht schlecht. Das hat halt nur eine ewig lange Abhängigkeit, ne? Aber das Verzehren des Feuers brauche ich eigentlich nur, wenn es richtig schwer wird. Achso. Der wird doch geschützt hier. Speedrun machen wir jetzt. Ja, Speedrun auf 9. Wo ist denn hier jemand? Da. Oh nein. Okay, hätte ich vorhin mit der Eruption reinballern können. Die haben mich hier hinten geblieben. Ich bin hier in der Ecke hängen geblieben. Das sind alle noch an meinem Dienst verreckt. Ich habe schnell umgestellt. Hey. Nicht, dass wir das jetzt nicht einsetzen. Das ist niemand in der Nähe. Aber irgendjemand schießt mich da. Der! Du bist einfach am Käpt'n vorbeigerannt. Ne, eben nicht. Mich hat irgendjemand hinten... Doch, der war noch auf der Brücke. Ja. Ich bin nicht vorbeigerannt. Mich hat jemand hinten hingebeamt. Achso. Dann war es der Käpt'n. Ich stand da mittendrin. Ich hatte vor mir und hinter mir welche. Oh Käpt'n. Mein Käpt'n. Hier ist es zu ruhig. Hier ist ein Klackgeräte bei. Ach, ich mache auf einen einzigen Feser-Strahlen. Dann habe ich auch noch daneben geschossen. Das ist das Schlimmste. Ich habe zwar nicht daneben geschossen, aber es war trotzdem sehr bitter. Ich habe auch daneben geschossen. Das war so richtig schädlich. Aber jetzt kriege ich ihn vor mir. Also wie lange hat die jetzt halt bis 12? Oh, habe ich jetzt gar nicht geguckt. Kann ich dir gar nicht sagen. Warum kann ich denn das scheiß Eruption jetzt nicht machen? Vielleicht kann ich den mitwählen. Oh, das hätte ich auch schon. Du musst meistens dann nur was auswählen. Du musst noch L1 drücken oder so. Irgendwas steht da dann manchmal. Nee, Eruption muss man einfach nur machen. Ja, ich weiß, aber deine Lava-Geschosse hängen. Nee, die benutze ich ja gerade. Achso. Aber ich kann da trotzdem was machen. Achso. Das hat damit nichts zu tun. Eruption ist einfach Dreck. Okay. Jetzt hat es geklappt. Ich bin ja einfach vor mir ein Teil von Kahn draus gelacht. Ja, und der ist nicht mal gestorben. Chemieprojekt. Wir haben einen vergessen. Wir haben einen vergessen. Fählen. Ich habe ihn. Ja, ich bin auch mit zu ihm gekommen. Mit meiner brown Bombe. Hier ist so ein Ding. Oh. Der hat gerade voll die komische Stimme gehabt. Soll ich mit dir zweimal reden? Wahrscheinlich habe ich auch geredet. Ach, hier unten war das ja. Ich habe da oben noch rumgekämpft. Oh, ich habe wie so ein Loser vorbeigeschossen. Ich gehe wieder auf die Brücke. Okay. Damit es schneller geht. Das blöde ist, dass man sich zurückbaut bekommt, wenn man jemanden trifft. Dafür ist die Vorbereitung zu lang. Jetzt erinnere ich mich gerade besiegt, dass ich das vielleicht gespart habe und das dann doch für die andere Waffe verwendet habe. Für die Grausame. So konnte ich halt Waffe unter im Hochschulen. Wo ist er? Oh nein, das war kacke. Ich habe aus Versehen, aber es ging noch. Ich hatte aus Versehen die Stimme genutzt. Und das hier machen mich einfach nieder. Den hat es voll zerrissen. Ich wollte gerade auf den schießen. Oh, guck mal, der ist fast klein schon. Ja. Ich habe eine ganze Herde weggefasert. Oh. Da oben jetzt habe ich jetzt leider nicht mehr drauf geachtet. Wenn du zu viele unten sind, kannst du nicht Bescheid sagen. Dann schien die Jormerhunde. Dann versuchst du ja, eine Brücke aufzuhalten. Hier kommt immer einer und immer links runter und nervt. Ja, fertig. Ach so. Jetzt habe ich gerade gedacht, was ist denn hier los? Also wenn ich mir so die Zeit angucke, würde ich sagen, wir haben etwa 14 Minuten. Ich glaube, das hier ist jetzt letzte, oder? Ich glaube. Ach ja, nee, da kommen doch jetzt die vielen. Und dann muss man rein und muss noch Monster besiegen. Da rein. Ach, stimmt. Da kommen jetzt diese vier. Bist du schon da? Ja, 15. Ja, ja, ich bin da. 15 sogar. Ich frage mich immer, wie die aufs Klo gehen. Gar nicht. Ob die sich voll geil gucken. Ich scheiße einfach so. Meinst du, die scheißen nach unten? Deswegen sind das so Lappen. Irgendwo war das doch so. Die einfach so geschissen haben. Ja, die J.K. Rowling hat das erzählt. Stimmt, die Zauberer, gell? Zauberer haben einfach geschissen und haben es weggezaubert. Das ist so jemand. Das ist halt super. Da muss jetzt mal drauf kommen, ey. Mich hat hier bitte einer gebeamt, ey. Die Zauberer sind so mächtig, dass sie einfach überall in Scheiße können entstehen und es dann direkt einfach wegzaubern. Aber jetzt kriege ich es aber von denen. Die Lava-Geschossen sind halt echt das, was auf den Single-Gegner am meisten Schaden macht. Oh, das war auch knapp jetzt. Das war auch knapp. Hä, jetzt habe ich voll gekämpft und dann wurde ich weggebeamt. Das ist doch scheiße. Von wo kriegst du denn? Irgendjemand hat hier seine Ringerei-Dinger gemacht. Ich bin übelst beschissen und singelt. Hä, hier oben macht einer sein Spiel-Ding. Hier oben spielt einer alleine. Sieht gar nichts mehr, ich spiele dir. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch eben in dem Teleport-Ding drin gestanden, aber es hat mich nicht weg-teleportiert. Es hat nur übelst gestört. Und dann hat er einfach gesagt, ich hätte es wissen müssen. Ja, das wäre die Fähigkeit. Oh, wo kommen die denn sogar mal her? Irgendwie sind sie bleiben bei mir. Ach nee, du bist auch da. Oh Mist, ich habe nichts getroffen, glaube ich. Ich gehe mal zu den anderen, du machst das da schon, gell? Ja, das ist eigentlich scheiße. Ja, weil der voll viel Leben hat. Wenn wir den zu zweit töten, geht der doch viel schneller tot. Das ist doch dumm, wenn wir uns trennen. So, die aktuellen da, die haben halt noch irgendwie nichts aus. Ich sehe noch so viele von denen. Und da sind einfach neue gekommen. Das stimmt mit denen eigentlich nicht. Verdammt, das wird so knapp. Wo rennen die denn rum, die Kleine? Oben. Einer hängt hier fest. Da, der hängt hier an der Wand fest. Treffe ich den überhaupt? Hä, bei mir ist einer gestorben gerade. Brandbombe. Aber ist eine neue gekommen. Guck dir den mal an. Ich glaube, hier hängt es. Komm mal zu mir. Hä? Ja, der hängt hier an der Wand. Hängt er bei dir auch? Ich kann den nicht treffen. Doch jetzt. Ne, nur die Spezialfähigkeit. Triff den gelegentlich. Hängt hier neben in der Wand fest. Hier. Da hängt er doch vor dir direkt. Ach so. Mach mal Brandbombe oder so auf. Ne, bei mir. Ich, bei mir, das hält nicht. Also. Doch, doch, der hängt da. Ja, ich weiß. Aber bei mir zeigt er nicht mal irgendwas an. Mach mal trotzdem deine Brandbombe. War ich doch schon zum dritten Mal. Ach so. Jetzt die Lovergeschosse machen den Schaden. Ach man, warum hängt denn der Pille hier fest? Ich bin Fizzerstreuer. Oh, Fizzerstreuer hat ihm nichts abgezogen. Oh, endlich. Wie elend. Der hat da einfach festgesteckt. Oh, das bedeutet ja kein Gold. Jetzt nur wegen ihm. Ich hasse ihn so sehr. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, umso länger wie das Spiel spielen, umso schluer finden, was er mir hin tut. Das war echt kacke. Wo ist denn die Tür? Deshalb sind die auch gespawnt die ganze Zeit. Ja, das wird kein Gold. So ein Scheiß. Aber jetzt können wir mal gucken, wie lange wir hier unten dafür brauchen. Goldini, Goldini. Also müssen wir jetzt danach wieder irgendwas anderes machen, weil bekanntlich... Ich bin mir nett nochmal für so ein Gold zu holen, lieber. Silber kann jeder. Ja, gut. Wir müssen ehrenhaft Gold auf 10 holen. Sind wir schon auf 90 schlecht so. Oh. Das ist doch nicht normal, ey. Ich bin schnell geschrotet. Ich bin als gewundert, warum da alles Gegner auftauchen. Und dann sehe ich den da an der Wand stecken. Hätten wir jetzt gleich gemerkt, wäre es sogar ein Vorteil gewesen. Vielleicht. Meinst du? Ja, weil er sich ja nicht wehren kann. Das kann man ja nicht ahnen, dass da einer in der Wand steckt. Oh, die Brutkönigin. Sie ist sehr mächtig und anmutig. Das ist vielleicht ein Ludenwaski, wo wir hier angekommen sind. Ja. Jetzt krieg ich mal wieder Auftauch. Versuchen wir es nochmal. Was ist denn das Blut? Ne. Äh, äh, wie heißt denn das? Palast der Dürre. Achso, ja. Oh, das ist so stark. Obwohl das nur 46 ist, das andere von 47. Ich muss unbedingt hoch noch. Yay. Ich weiß nicht, ob wir es geschafft hätten. Jana, am Tempel war eine Kapsel. Musste um sie kämpfen, aber der Inhalt gehört uns. Gut, ein bisschen. Wir haben ja noch 5% Chance. Also 0 für mich. Ich kann mal an der Hand abzählen, wie oft ich was Gelbes gekriegt habe. Das ist echt großartig. Ich wollte uns auf diese verdrehte Weise zur Kapsel führen. Jedenfalls kannst du zurückkehren. Oh, 9 Titanen hab ich schon mal bekommen. Oh, nochmal ein bisschen Titanen, aber das war es auch. Ich hab 12 bekommen. Ja, also ich hab auch noch ein bisschen was anderes. Ja, das ist ein Haufen Lillanes Zeug. Na ja, aber. Das große Aber vielleicht. Aber man kriegt irgendwie auf 9 mehr Lillanes als auf 10, gell? Ja. Also bei dir standen eben bestimmt 7 Sachen oder so. Ich hab 2 bekommen. Guck mal, du hast voll damagiert. So. Mein Damage war von geringem Wert. Ich geh jetzt direkt mal zu ihr und mach hier. Denk dran, guck die Rüstung an, ob kühleres Gelb drauf ist. Ja. Ich fang einfach unten an. Müll. 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 Was macht denn doppelt so heiß? Zeig mal kurz. Die kriegen dann Doppelschaden. Wollen wir mal. Die der Fischgefüge zu. Achso, den Verbrannten kriegen Extraschaden. Phantomsprint hab ich doch auch schon 1000 Mal. Corrector Mundo. Ich hab nur 0 Leder bekommen und 0 Eisen. Ich will immer noch deinen Hut. Ich würde ihn dir so gerne geben. Der ist zwar nicht so gut für mein Set, aber ich will ihn einfach. Oh, jetzt krieg ich voll viel Titan. Jetzt müsste man eigentlich direkt nochmal machen. Ich guck mal, wie viele ich brauch, um meine Waffen hochzustufen. Ich muss meine auch hochstufen. Ich glaube aber 6100. Wir können es eigentlich nochmal machen, weil ich will jetzt Gold holen. Jetzt bin ich fest entschlossen. Einst Gold zu holen. Geld kriege ich. 67.000 habe ich gekriegt. Reicht das schon? Tieter 572. Dann bräuchte ich noch 200 Titan. Das schaffe ich, wenn wir ihn noch einmal machen. Ja. Oh, ich hab nur 208 gekriegt. Okay. Also, wir haben den klebenden Dürretempel hinter uns gelassen und wollen gleich nochmal zum Dürretempel gehen, denn wir wollen immer noch Gold. Können wir es mal auf 8 probieren vielleicht? Nee. Das sind wahrscheinlich die Wegelänge. Vielleicht müssen wir was ohne so. Es gibt doch auch welche ohne den Zapfen, oder? Das Kolosseum hat nicht so einen Zapfen gehabt. Sollen wir das Kolosseum probieren, wenn es gleich da ist. Wenn das Kolosseum da ist, wäre gut. Wir gucken gleich mal, was da ist. Also, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Wir wünschen euch einen wunderbaren Tag. Bleibt gesund und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.